Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Ähm, ja, ich, bevor wir jetzt zum Häuptling gehen, wollte ich nochmal kurz ins Wolkenmeer. Denn, ich habe, bei demselben Stamm, wo wir den Bärenstein-Mond gekriegt haben, habe ich noch einen zweiten gekriegt. Und ich glaube, ich habe sogar noch irgendwann mal einen dritten eingesammelt gerade. Also, ja, ich gehe kurz mein Schild verbessern und dann können wir ja schauen, was es mit dem Häuptling auf sich hat. Übrigens, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Schleuder ein Dungeon-Item ist und dass ich die eh noch nicht haben sollte. Deswegen, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das Gameplay verändert, nachdem ich die Schleuder habe, weil dann kann ich ja eine Menge anstellen. Ich kann ja dann, ähm, das Schmetterlingsnetz haben und so und meine Tränke verbessern. Äh, äh, achso, das war schon du hier, ne? Ja. Items verbessern, so. Verbessere mal bitte mein Schild. Hart. Verstärkte Holzschild, Abwehrkraft ist erhöht. Okay. Ja, wohl, aber vergiss nicht, eine Verbesserung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Ja, gut, warum sollte ich das auch rückgängig gehabt haben wollen, hätten tun? Ich bin fertig, hier ist Gott hier. Harter Holzschild, äh, hält mehr aus, okay. Und mit dem Wissen, dass die Schleuder erst später kommt, äh, können wir ja jetzt den Häuptling besuchen gehen. So, okay, ey, da ist ja jetzt wieder so ein Bernstein-Dingens, lol. Oh mein Gott, ich hab vergessen, mein Schild auszurüsten. Finde ich dämlich. So, und jetzt, oh mein Gott, dich hab ich ganz vergessen. Weg mit dir! War da irgendwas? Nee. Okay, okay, ab zum Häuptling. Oh mein Gott, der ist ja größer, als ich gedacht hab. Räubos. Oh, 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 kennst du mich? Ich bin Räubos, der Häuptling der Kyo. Oh, du hast es, äh, geschafft, meine perfekte Tarnung zu durchschauen. Ich bin beeindruckt. Äh, Nachricht überspringen oder überbringen. Welche Nachricht? Nach Zelda fragen. Zelda, äh, ach, meinst du das Mädchen mit dem blonden Haaren, das dir etwas ähnlich sieht? Sie war bei mir. Allerdings hab ich sie, ähm, hab ich im Moment gar keinen Kopf für sowas. Der Wald ist voller Monster und zwielichtige Gestalten. Ich sorg mir, äh, mich um die Angehörigen meines Stammes. Was? Du bist etwa Mitgliedern, äh, des Stammes begegnet? So, so, Macher geht es also gut. Aber noch ist der Wald voller Monster, ich kann hier nicht weg. Tut mir leid, aber drei meiner Gefährten musst du noch finden, um mich zu beruhigen. Vielleicht fällt mir dann wieder ein, was mir... Oh mein Gott, er will mich so erpressen. Ähm. Präsenz der Kyo, okay. Nein. Danke. Ich wette, früher hätte man das nicht, äh, einstellen können. So. Zack. So, hier ist einer. Aber es kann auch sein, dass das der ist, den ich schon gefunden hab, oder? Ah ne, das ist ein anderer, oder? Ne, den hab ich gefunden. Da oben auf der Plattform ist aber noch einer. Ist nur die Frage, wo ich da... Wie ich da raufkomme. Ah lol, hier war ich ja noch gar nicht, oder? Ach doch. Äh. Okay, ich hab mich irgendwie verlaufen. Das hier ist der Anfang, okay. Aber ich weiß nicht... Wie ich da raufkomme. Ah, hier geht's hoch. Ah, das ist da, wo... Ähm... Wo, glaub ich, Pfei gesagt hat, dass ich... Hier nicht hochgehen soll. Wo ich aber eigentlich schon viel früher hoch wollte. Ist das der Ort? Ich glaub schon. Ja. Das kommt mir nämlich null bekannt vor hier. Oder? Ja. Da geht's zum Baum hoch. Ja, den Baum... Müssen wir auch mal schauen, was es damit auf sich hat. Ähm... Hallo? In der Richtung. Hier drunter durch. Das sieht immer noch so billig aus. Und jetzt? Da oben hin. Guck mal. Ich mach's so. Ich mach... So. Ich glaub, ich darf nicht von oben nach unten machen. Ich glaub, ich muss von... Von unten nach oben machen. Ey, hier kann man sich so einfach verlaufen, ne? Und in Let's Play Form ist es noch schlimmer. Da oben. Ah, hier sind so... So Kletterranken, ne? Und das da müssen wir auch noch auschecken. Diese... Ähm... Ruinen da. Zack. Oh Gott. Zack. Okay. Hier brauchen wir Bomben. Was mit dem... Ach, das ist kein Octorok. Das ist einer der Viecher. Hallo? Kannst du mal bitte... Hä? Hä? Jetzt kann ich mit dir reden. Da sucht man sich erst so ein tolles Versteck und wird trotzdem gefunden. Mein Name ist Zenbully. Und Zenbully ist fast so gut im Verstecken wie unser Häuptling. Hä? Warum verstecken die sich denn? Ich hab's nicht ganz kapiert. Ja, naja, egal. Ach, vor den Monstern wahrscheinlich, ne? Ja. Das wird der Grund sein. Ähm. Gut, hier brauchen wir wieder Bomben für. Die ich nicht habe. Okay, dann... Können wir es ja hier versuchen. Ich wär... Ich wär auch... Ziemlich interessiert, was da jetzt hier auf der Rückseite ist. Weil da war ja irgendwie so ein Tempel. Ach, hier komm ich nicht hin. Hier brauch ich irgendwie einen Enterhaken oder so. Okay, dann weiß ich da auf jeden Fall schon mal Bescheid. Jetzt müssen wir nur noch da hinkommen. Das könnte etwas schwieriger werden. Da hoch geht's auch noch. Ach ja, ich soll vielleicht mal hier den... Baumstamm, ähm... Aktivieren quasi, also runterschmeißen. Oh mein Gott. Ach so, ich komm da noch gar nicht hin. Ich dachte, es connectet hier. Aber das stimmt ja überhaupt nicht. Ah, und der ist auch gar nicht da oben drauf. Der ist hier irgendwo. Auf dem Torbogen? Ne. Weg mit dir! Ja, ich hab's einmal geschafft. Meine Güte. Hier? Hier? Nee. Hier in der Richtung. Da oben. Da oben. Wie komm ich da hin? Oh mein Gott. Ich hab mir da jetzt mal ne Markierung gesetzt. Hier war ich auch schon lang nicht mehr. Dann geht's hier wahrscheinlich hoch. Und dann darüber. Oh lol, was hab ich gefunden? Geschenk der Göttin. Hä? Ich hab irgendein random item gefunden. Und was hier? Ach so, das ist der Durchgang. Okay. Hier, ah ja, hier geht's hoch. Das hab ich übersehen. Und jetzt? Äh. Äh. Hä? Äh. Ich glaub, ich muss hier runterspringen, wo auch immer mich das hinführt. Ähm. Ah, hier ist einer. Äh. 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 weg. Was? Unser Häuptling hat sich Sorgen gemacht? Es geht ihm also gut. Mein Name ist Kumbo. Schön, oder? Sag mal, hast du unseren Häuptling? Kannst du ihm ausrichten, dass es Kumbo gut geht? Ja, kann ich. Wenn ich jetzt noch den letzten finde. Der sich hier irgendwo befindet. Ach so, warte mal. Da ist ein Baumstamm. Dann sollte ich vielleicht noch gucken, ob ich hier irgendwo... Nee. Ich komm hier leider nicht irgendwo da rum. Da oben irgendwo. Hm, 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 hm. Hier. In der Richtung. Die Frage ist... Äh, wie komm ich weiter in die Richtung? Hier? Ja, stimmt. So, und hier? Oben, oder was? Ja, hier oben. Aber, weil ich... Ich schaff doch diesen Sprung hier nicht. Es muss irgendwie noch eine andere Möglichkeit geben, da hochzukommen. Ah, nicht du schon wieder. Naja, komm ruhig her, du kleiner Mieser. Lol, da ist noch so ein Bernstein-Ding. Äh, nee, hier kommt man auf jeden Fall nicht da hoch. Irgendwie muss man doch da hochkommen. Da ist ein Weg. Hier. Aber... Aber... Wie? Warte mal. Gibt das ein Feature bei der Switch? Nee, aber... Nee, irgendwie... Hab ich keine Ahnung... Wie man da hinkommt. Ah! Ich seh's jetzt. Ja. Ich seh's jetzt. Hä, wie komm ich denn jetzt wieder zum Häuptling? Ach, ich muss von hinten kommen. Noch so ein Schädel. Okay. So. Hier war nämlich ja auch ein Gang. Hier. Ich glaub, das ist... Wie man da hinkommt. Oder? Oder? Alter, was ist das für ein Raum? Ich dachte halt, da gehen wir hin mit dem... Oh, warte mal. Es wäre theoretisch nicht unklug. Einen Herztrank zu verschwenden. Nein! Ich hätte A drücken sollen, nicht R. Oh mein Gott. Voll die Verschwendung. Oh mein Gott. Hä? Ich wusste ja nicht, dass ich hier so komische... ...ah, Balancierspiele machen muss. Ah, nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ja, ich mach ja schon. Geh halt vor. Achso, ich muss vorlenken. Oh mein Gott. Das ist irgendwie ein bisschen weird. Aber in Ordnung. So, und jetzt... Äh... Hallo? Hallo? Was hat mir das jetzt gebracht? Und was ist das da? Ach, das Snowbeam. Hä? Ach, da oben. Da oben ist einer. Alter, wer ist er? Ja. Einfach... Der Babo. Okay. Puh. Äh. Du hast die roten Kerle weggeputzt. Bist du etwa einer von den guten? Ja. Äh, was muss ich ihn jetzt da runterkriegen, oder was? Äh. Was machen wir denn jetzt? Kann ich hier irgendwie... Ich kann nicht rollen. Oder? Warte mal, ich schau mir das jetzt an. Wirbelattacke. Äh. Ähm. Ja gut. Wie genau soll ich den da jetzt wegbekommen? Äh. Ich glaube, ich muss meinen Walkthrough anschauen, oder? Ich probiere es nochmal hier. Oh, warte mal. Das muss ich natürlich wegnehmen. Hier. Ich glaube, ich gehe einmal außenrum. Oh, man kann gar nicht außenrum gehen. Das ist, äh... Ärgerlich. Sprinten. Das stand vorhin nicht da. Ach so, weil ich jetzt mein... Oh mein Gott, weil ich mein Schwert weggesteckt hab. Rolle. Drücke L beim Sprinten um eine Rollerattacke. Woher soll ich das denn wissen? Naja, jetzt haben wir es ja wenigstens. Ah, danke, äh... Trotzdem. Was? Unser Häuptling hat sich um Mugi gesorgt? Naja. Mugi ist mein Name. Die Aurasuche erfasst kein relevantes Thema in dieser Gegend. Ich empfehle, zum Häuptling zurückzukehren und mit ihm zu sprechen. Hey, was soll das? Erschreckt... Doch, Mugi, nicht so. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ach so. Zack. Oh mein Gott, was ist das? Da ist ein Herzcontainer oder so. Äh, ne, ein Herzteil meine ich. Ja. Herzteil. Dann würde ich aber sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Wo wir dann zum Häuptling gehen und uns, äh, ja, unsere Belohnung abholen. Oder zumindest wissen, äh, wo Zelda sich dann befindet. Also schaltet, also schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und... Tschau. Tschau. Oder... Tschau.